hey guys ich begrüße euch zu einer weiteren folge 7 days to die hier auf meinem kanal wir haben tag 13 das bedeutet händler reset dieses bedeutet die habe schon eingepackt geld verdienen und wir haben einen neuen händler das ist der rektier hinten eine weite strecke zu fahren deswegen nicht lang weil ich wollte euch noch zeigen nagelpistole und hier entsteht unser schmelztiegel das heißt wir können demnächst selbst stahl herstellen freu 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 geil 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 ansonsten ansonsten ja was ansonsten ansonsten ich bringe es gleich hier runter steige auf mein moped und fahre zum neuen händler und da der weg etwas weit ist werde ich den schneiden das geht nicht anders sonst sind wir ewig unterwegs deswegen dann bis gleich so glücklich beim händler angekommen er hat natürlich noch nicht offen ja da ist noch einer rum was bist du ja dann kommt oben auf die finger aufs knie aufs köpfchen fertig sechs uhr drei direkt mein freund ich habe unterwegs ein paar briefkästen geplündert und habe dabei erstmal rein und habe dabei glück gehabt und habe gefunden das letzte nadel und fahnen buch was war's taschenmots doppeltaschenmots und dadurch kann ich mit herkleiden feinigen aber wichtig die doppeltaschenmots verkleidung das heißt dreimal die wo vier sechs dann sind wir schon hier das ist so nice schauen wir mal was wir hier noch alles finden der händler wird natürlich durchgeplündert ist ganz klar glasklar aber das macht ja glaube ich jeder hin im game das macht ja auch so ein bisschen aus warte mal was wir hier hinter ein paar nägelchens ist noch ein bisschen eisen haben wir hier abfall spitzen bisschen blei chemiestation haben wir ja zum glück ein neues rezept zum verkaufen sehr gut sehr gut sehr gut was haben wir denn jetzt noch sind am autowatt schade da war das irgendeine mod irgendein overhaul mod wo hier was zum paket im bäckchen die kiste eine kiste eine kiste eine kiste eine kiste hat er gestanden vorbeigesprungen so kommt man übrigens aufs dach und kommt denn hier oben rein direkt tüchen ja kann verkaufen käppchen wird zerstört diesen rohstoffe und college action ist was zu essen hier haben wir noch ein rucksäckchen da drin ein knochen ein knochen ja halt die fresse ich bin doch da sei leise ich bin mit plündern noch nicht fertig mein freund ich muss sich schon ein bisschen will ausnehmen vorher das war nicht viel arbeit jetzt mal kurz durch gucken sauze nein für die sauze nein gut das heißt werfe ich so einen ein mit der großfahrt das ihre soße wird das geil geworden vor allem die hier dann noch mal aber egal was schon ja schon gut geht dass das 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 war's so mein freund das wird auf jeden fall nehmt die mit weiß kommen wir mal mit 1 und 2 da kommt jetzt säure jetzt brauche ich nicht kommt ich nehme sie mit bevor sie doch noch mal braucht für irgendwas nicht noch mal meine freunde nicht noch ein blase bike das hatte ich doch mal so richtig gelohnt kürbissamen nämlich mit schießpulver nämlich mit zeit sind da mal noch bisschen honig nämlich mit so was haben wir hier drin so wie lange schroth fliebbar und stark schrauber große kub nichts besonderes wurde manche waffen ja zehn prozent mehr schaden wir haben den kanaschnikow jetzt ja bitte gerne der große kub ja mehr dingens bei bräute den nehmen wir auch noch mit bei hier noch noch einen wohnen nehmen wir auch noch mit das reicht dann erstmal hier beim direkt die märkte war hier schon reingeguckt ja haben wir schon der gemacht wird ja ich komme ja gleich ja ja gut dann machen wir gar nicht lang rum wir sehen uns gleich bei you du kriegst noch auf die fresse weil du so rum genervt hast bumm das war's das war's dann sehen wir uns gleich wenn ich bei you angekommen bin ich bin im anflug auf you da vorne ist sein compound schon zu sehen ja manchmal ist die fahrer schon ein bisschen nervig ich gebe es ja zu ich gebe es ja zu so sind wir schon mal hier bäm 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 was haben wir denn hier schönes nö 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 Lax nehmen wir mit oder Tee, Wasser, Kaffee habe ich Hunger? Ja ein bisschen nicht was zu essen ja aber Der ist immer noch verschlossen. Ja, ich habe aber keine Mach-Aufs dabei. Totengröbel, ja, Pumpkin habe ich. Stahlfalle brauche ich nicht. Großvon... Geht vorhin gebrauchen können, ja gut. Ich nehme sie mit. Bauplan Schlagschrauber lohnt sich. Gehochte Fleischrohre. Säure mitnehmen, das passiert mir nicht noch mal, da ich auf die Säure hängen bleibe. Bauplan Fischtakus, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Generator habe ich, glaube ich, mitgenommen. Charter, Glühbirne. Schuhe für den Drusel mit Komponterbust habe ich. Ne, ansonsten. Ansonsten... Nein. Was brauchen wir denn für einen Schlagschrauber? Motorwerkzeug, Teile, Stahl. Ja. Ja, macht gut, Knut. So, ich bin hier. 10 Uhr, 10 Uhr. Ja, wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause. Es ist entschieden, Guys. Wir fahren nach Hause. Gucken bei Joel nochmal rein. Was der so im Angebot hat. Und vielleicht kriegen wir dann heute sogar noch eine... ...ne Quest zusammen gemacht. Das wäre super toll. Ja. Dann bis gleich bei unserem Händler. Joel, ich bin im Anflug. Bin gleich bei dir, mein Freund. Hoffentlich lohnt sich das auch. Jemand da? Nö. Gehen wir rein. Felser, Trümmer, Scherz sind immer gut. Zucker, Hinder sind immer gut. Das war's. Was trinken? Dann schauen wir mal, was der Onkel so hat. Auf, Gäbchens. Abholen, säubern. Die nehmen wir. Wo ist das? Ah, hier einfach. Ja, gut. Gleich zu finden. Du kannst weg. Hat der Papa hier irgendwas? Komm. Die nehmen wir mit. Wollte ich sagen, nein. Die Eier nehmen wir aber mit. Die Dresche nehmen wir mit. Können wir gebrauen. Oder Mod. Na, Amboss. Magnum. Stahlaxt. Befechte in der Stadt. Oh, Moment. Nicht unbedingt. Ne, wir lieber hier die noch mit rein. Das Geld. Zack. Tja. Einmal das. Kurz zu Hause. Ausmüllen. Ab zur Quest. Sind da jetzt extra Verkaufssachen reingewandert oder was? Ja gut. Einmal nach Leerknopf. Dich und dich geht da hoch. Tu nach da. Wo gehst du da mit rein? Den haben wir zum Verkauf. 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 passt ja so weit essen trinke ist gut dann sehen wir uns gleich am quest gebäude so sind wir angekommen nun gut aber du kannst da hoch das bleibt hier wird die quest heute noch fertig vorräte suchen auf der höhe normalerweise sollte hier einer sein braucht mein computer schon wieder zu lang für schaut so aus das hasse ich ja hier noch ab wenn man gerade hier umstehen wird ab geht der peter einmal rein hier ja 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 da war er ganz kopflos der junge mann da draußen klopft einer soll klopfen ist mir egal hier ein waffentächtchen was finden wir selbst gebaute schrotflinte brauchen wir nicht so einen kriege ich von der Tür hier sage ich doch ha 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 habe ich schon elektrozaubenpfosten abgesägt schrotflinte habe ich auch schon ein bisschen käpfchen in käpfchen ist auch gut bier drei wasser besonderes besonderes bisschen sand hohstoffe ein paar hier chili spiele für die chili docks gut haben wir hier alles ja mit 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 von draußen was draußen ist jemand unterwegs schwöre es hier ist nix ein speckiges nacht ein speckiges nacht ein t-shirt ein hässliches hier geht's raus das ist auch in Ordnung so fang weg fang weg klein mal klein mal ja klopf du nur klopf du nur kleiner penner hast du gedacht ich würde dich nicht sehen oder was schweiniger ein paar vitamine kommen dann nehmen wir mal eine kopfschuss hoffstoffe wieder nix hinten dran warte mal warte mal hab ich mir gedacht wenig abstand oh kriege ich dich auch noch Mutti okay war knapp vorbei so jetzt habe ich dich aber das eine hat bestimmt ein Ohr noch gebracht jede Wette kein Tresor um Stoffdinger Bettchen Nadel Faden hier ist sonst nix noch ein Pfeil sehr gut elektrische Türen und Brücken nee kein Interesse ist denn hier gut das haben wir dann zum Glück erledigt zum Glück dran gedacht meine Freunde du bist tot okay sehr schön klopft ihr nur weiter ist noch einer nur doch gut ja gut das lede nehme ich mit gut ich gut 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 ich ich gut Okay. Ah, er ist mit Süd. Ja, mach schon auf. Er öffnet schon den Scheiß. Motorwerkzeugteilen, sehr gut. Weg, weg, weg. Weg, weg. Eins. Zwei. Drei. Einmal was trinken, leer machen. Besser. Kann weitergehen. Was haben wir denn hier versteckt? Ja. Wie ist das zum Essen? So, warte. Wir brauchen aber eine Klappe. Eine Holzklappe wird benötigt, dringend. So. 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 Kann mal Müll bleiben. Ja. Wir haben ein bisschen was noch. Hier ist noch ein bisschen was. So. Muss man nur verkleinern können. Hier. Halt. Jetzt zurück. So. Jetzt zurück. Geht's hier runter. Oh. 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 Burn! Motherfucker, burn! Burn, motherfucker, burn! Da poppen Pils. Ja! Schlag doch kaputt! Chronisch ist gut. Ja, dann läuft die Menschheit nicht hier nebendran. War doch hier. Ja, es war hier. Ja, dann schreien wir nur auf das End. Wenn ich also wieder loskomme, dann hab ich weg. Wie ist das? Ihr könntest ja, der ist das Verziger. Ich bin ein Bfeld, das der Kräste von Hickel ist. Die Kräste von Hickel ist doch nur auf. Es ist jetzt die Kräste von Hickel. alter ihr wart aber heftig bestimmt außen auf dem dach das machen wir anders da hier durch hier durch hier rein 18 schon wahnsinn ist Boah, Essen, Trinken, Gläser haben wir genug, Papier brauche ich nicht, das klein machen. Das brauche ich nicht, Septe Klebeband. Ach Leute, macht doch jetzt nicht diesen. Boah, hört aber ganz schön was raus. Diese Truhe. So, ich sollte es jetzt aber irgendwie... erfasst. Es wird aufgepasst. Meine Herren, wird ja auch Zeit. Was haben wir hier? Lesen. Zerschlägen, Rest mitnehmen. Und das auch noch. Kurz dann... Ja, ich weiß, ist erschöpft. Kurz hier... Ausladen. Das war's. Das war's. Ich schneide uns zurück zum Händler und dann... So, jetzt geben wir noch unsere Quest ab. Und dann war's das für heute, würde ich mal sagen. noch Quiz loswerden. Stahlschlag. Regen. Ja, den kann man verkaufen. So. Der geht weg. Das. 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 Das bleibt erstmal. So. Das. Das bleibt erstmal. So. Dann sind wir zu Hause. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.